So Leute, und da sind wir auch schon wieder, zum dritten Mal. Und wir werden uns hier gleich mal den Panzer nehmen. Ach nein, das ist nicht wieder die scheiß Modi. In dieser Drecksflacke. Ah, cool. Eigentlich hätte ich mir noch einen mitnehmen sollen, weil der kann sich dann oben reinhucken. Hopp, schläg einer ein. Steig doch ein. Steig ein. Steig doch einer ein. Steig ein, steig du ein, steig ein. Ja, steig ein, richtig. Gut gemacht, ey, super. Steigt ja wieder aus. Ach nee, der ist noch drinnen. Ja, hallo. So, und ich bin überzeugt, wir werden jetzt, hat sich Zufall, gleich als erstes die Flagge einnehmen. Ach, scheiß auf den. Das ist nicht der Sender, das spielen wir die. Ui. Boah, schon wieder. Ich glaube, ich fahr nicht. Boah. Was, was war denn das? Achtung, ich steig. Wir reparieren mal hier ein schnelles Auto. Boah, haben wir ein Glück, ey. Aber was, Alter, das war bestimmt so ein scheiß Blasting Strike wieder. Was uns da so rumgefetzt hat. Boah, das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Scheiß jetzt auf den. Boah, das gibt's nicht. Hol die scheiß Flagge da hin. Ich verteidige den jetzt. Na also. Wow. Hacker, ja, wir sind wieder mal Hacker, na, klar. Boah, ich sehe gerade gar nichts, ey. So. Hallo. Hallo, Freunde. Na, schade. Ich wusste nicht, dass hinter uns noch einer ist. Ich hätte gerne noch den Sniper da geholt. Den Eskimo-Typ da. Oh, Flugzeug. Wo steig ein? Wie auch immer da rechts ist. Steig doch ein. Steig halt ein. Komm mit. Boah, du Loser, ey. Komm auf, Künstlern, hole ich jetzt den anderen ab. Anstatt, dass er einsteigt, du Depp. Das ist so ein Idiot. Ich hätte jetzt bis nach China geflogen, wäre er nicht einfach nur blöd da gestanden. Ui. Ich bin hier für der Taxi-Kurier. Jetzt fallen wir hier fast auf die Seite. Das ist alles blöde, dass man als keine Assistenten-Punkte bekommt. Ich meine, ich habe jetzt alle beide gefahren und ich hätte eigentlich 500 oder insgesamt 1000 Punkte dafür bekommen. 1000 Punkte ist eine Menge. Aber wie viel bekomme ich? Pfff, null. Ach, nee. Ach, tschüss. Jetzt, wo ich die Flagge habe, nimmt es ja natürlich irgendeine andere unserer. Ich hoffe, der schießt ja nicht hin. Hallo. Uh, kleiner Leck. Nee, bei dem steige ich nicht ein. Jetzt bekommen wir wenig Sauberpunkte. Sowieso so realistisch, wie sich die Flagge überhaupt nicht bewegt, ey. Ich gehe einfach mal weiter. Boah. Komm, schau an den linken ab. Ich helfe dir sogar noch, Bro. Ja. Und jetzt hat... Hui, hui. 500 Punkte. Wir haben die feindliche Flagge sicher gemacht. Und nochmal danke an den, der mich gefahren hat. Wer schon mal das war, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Aber jetzt muss ich erst mal was trinken, ey. Ich habe schon wieder so einen Pappmaul. Eminem. Ja, den kenne ich. Riccardo, nice one. Ja, danke schön. Ja, gut. Also wir sehen uns bis gleich, Leute. Ciao. Ciao.